Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kevin Dittel, ich bin Hypnotiseur und ich helfe Menschen dabei ein glücklicheres und zufriedeneres Leben zu führen. Wie sie mit Hypnose und EFT Naschattacken auflösen und dabei ganz gesund abnehmen können. In meiner Praxis habe ich häufig Klienten, der zum Wunsch ist es abzunehmen und eine schönere Figur zu erreichen. Manche meiner Klienten schämen sich sogar für ihre überschüssigen Pfunde und oftmals ist es so, das kennen sie vielleicht auch aus ihrem Leben, dass die meisten schon viele Diäten probiert haben, viele Sportprogramme, aber das Endresultat ist ausgeblieben. Man ist nicht dahin gekommen, wo man eigentlich gerne hin wollte. Ich habe es schon oft erlebt, dass Menschen sich im Spiegel gar nicht mehr richtig anschauen können, weil ihre Seele irgendetwas belastet durch die Figur, die sie nicht haben, durch die überschüssigen Pfunde und es ist ihnen ganz unangenehm. Oftmals ist es so, dass bei vielen Diäten oder Sportprogrammen irgendwann das Momentum verloren geht. Der Fokus und das klare Ziel fehlt einfach. Die meisten Menschen formulieren ihr Ziel nicht klar genug aus. Die innere Motivation fehlt und was passiert denn? Man fällt in die alte Gewohnheit, in das alte Essmuster zurück, man tappt wieder in die Falle hinein. Und viele Diäten sind sogar so unangenehm, dass sie auch nur von Verzicht geprägt sind und eigentlich eine vollwertige und gesunde, abwechslungsreiche Ernährung auch schon nicht mehr gegeben ist. Genau solchen Menschen helfe ich tagtäglich mit der Hypnose dabei, dass das Endresultat, was sie sich so sehr wünschen, nämlich vielleicht die schlankere Figur oder einfach ein gesünderes Essverhalten oder mehr Sportmotivation, jeder hat ein ganz unterschiedliches Motiv einfach endgültig da bleibt. Natürlich haben sie das selber in der Hand, aber mein Bestreben ist, dass meine Klienten aus der Zusammenarbeit herausgehen und sagen können, dort hat sich echt etwas verändert in mir. Das ist Ziel unserer Zusammenarbeit, dass meine Klienten ihrer Wunschfigur näher kommen, ihrem Wunschgewicht, sich emotional glücklicher und gefestigter fühlen und anfangen können, sich im Spiegel endlich wieder in die eigenen Augen zu schauen und ihre wahre Schönheit eigentlich erkennen. Denn irgendwo hat jeder Mensch von uns wahre Schönheit in sich und ich finde, das ist etwas, was besonders in unserem Inneren anfängt. Und sich einfach auch sagen können, ja, das bin ich, ich bin ich selbst und ich bin wunderbar, so wie ich bin. Vollkommen frei von irgendwelchen Schamgefühlen oder von Angst oder von irgendetwas anderem Negativen, was bislang das Leben bestimmt hatte. Denn für viele ist neben der äußeren Veränderung beim Abnehmen, dass man schlanker wird oder sportlicher, ein ganz ganz besonderer Nebeneffekt hat. Innerlich fühlt man sich wohler, der Selbstwert wird gestärkt, sie bauen mehr Vertrauen zu sich und ihren Fähigkeiten auf, die inneren Ressourcen werden gestärkt. Wenn die Last abfällt, ist das unglaublich erleichternd. In den kommenden beiden Videos habe ich etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Ich möchte Ihnen gerne eine effiziente Stütze an die Hand geben, die Sie beim Abnehmen unterstützen können, als auch ein Alltagswerkzeug mit Hilfe von EFT oder Klopfakupressur, was Sie nutzen können, um Naschattacken aufzulösen, um Appetit auf Süßigkeiten aufzulösen oder besser zu kontrollieren, besonders am Abend zu unterbrechen, da das für unseren Stoffwechsel einfach nicht gut ist, wenn wir abends noch Süßigkeiten essen und dadurch natürlich mehr Einfluss auf Ihr Essverhalten kriegen und letztendlich Ihrem Abnehmziel Stück für Stück etwas näher kommen können. Wir brauchen hierbei gar nichts zu beachten, einfach den Anweisungen in den Videos folgen. Schauen Sie sich einfach die beiden Videos an dieser Serie, damit Sie direkt in diesen Prozess einsteigen können und fühlen Sie einfach mal, wie wirksam Klopfakupressur oder EFT genannt auch sein kann und wie viel Freude es Ihnen machen wird, wie erleichternd das Ganze ist. Und ich würde mich freuen, wenn Sie diesem Video einen Daumen nach oben geben und meinen Kanal abonnieren. So gehen Sie sicher, dass Sie stets über die Inhalte meines Kanals auf dem Laufenden gehalten werden und ich Sie stets über die besten Sachen über Hypnose informieren.